Bayerns Spiele wohl nur bei Sky, BVB und Schalke gesplittet Wie teilen sich Sky und Dazun die Champions League-Achtelfinalspiele auf? Bayerns Duelle mit Liverpool werden voraussichtlich nur beim BTV-Sender zu sehen sein. Schon im Mai gaben Sky und Subicenzen immer Dazun bekannt, dass der BTV-Sender sowohl bei den Achtelfinal-Hin als auch Rückspielen vier der acht Partien live und exklusiv als Einzelspiel übertragen wird und jeweils das Erstwahlrecht hat. Bei den Hinspielen darf sich Sky eine Wunschpartie aussuchen, bei den Rückspielen sogar deren vier. Das heißt, alle deutschen Rückspiele, also Dortmund gegen Dortmund, 5. März, Manchester City gegen Schalke, 12. März, und Bayern gegen Liverpool, 13. März, alle 21 Uhr, werden einzig bei Sky zu sehen sein. Dazu kommt noch ein weiteres Rückspiel nach Wahl. Bei den Hinspielen wird sich Sky, auch wenn es noch nicht offiziell bestätigt ist, ebenfalls das Top-Spiel der Runde aussuchen, also Bayerns Gastspiel in Enfield am 19. Februar, 21 Uhr. Dortmunds Auftritt bei Tottenham und Schalkes Wiedersehen mit Leroy Sanil in Gelsenkirchen laufen dann als Einzelspieler exklusiv bei der Sohn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017